So, hallo meine lieben Zuschauer! Ich habe beschlossen, ich möchte jetzt Minibosse killen. Das heißt, wir machen vielleicht erstmal die Minibosse, die hier so rumlaufen. Und schauen wir mal. Also als allererstes fuhren wir mal mit dem an, dann gehen wir auf OHT. Okay, also es sind glaube ich zwölf. Und ja, es ist vier, drei, acht, vier, sieben, fünf. Ich weiß auch gar nicht, ob die alle da sind. Achso, aber wir versuchen es mal. So. So, erster Miniboss hier unten. War das hier? Na, aber der ist hier. Jo, schaut gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal. Ah. Wahrscheinlich ist der Miniboss schon tot. Und weil hier eine andere Person da steht. So wie es ausschaut, fängt das hier schon mal gut an. Also hier sehe ich schon mal keinen Miniboss. Ich gehe einfach davon aus, dass der gerade gekehlt wurde. Das könnte natürlich auch sein, dass die den weggenommen haben. Also gut, hier sehe ich nichts. Gut, gehen wir zum nächsten Bus. Ah, das war auch der richtige. Ich denke schon. So. Schauen wir zum nächsten. Achja. Moment. Das ist ja gar nicht. Ja. Ich bin doof. Das, was ich hier jetzt eingegeben habe, war ein und für sie auch nicht hier. Die könnten schon alle da sein. Das war im OHT irgendwo da. Also. Sollte Moonshape Desert sein. 474. Genau. Ah. Aber... Was mache ich denn? So gut. Geh mal da hin. Ich. Weg hier. Map. Hm. Porten wir hier hin. Das schaut am closesten aus. Also am nähersten. Immer so diese Wörter suchen. Wo ist das denn? Ich glaube da unten wäre es doch näher gewesen. Naja egal. Jetzt fliegen wir da hin. Also wir haben schon wieder gleich mit einem Fail gestartet. Wie immer. Mach ich gut. Ach nee. Ich ärgere das immer noch, dass mich der eine Wichser da getötet hat. Wirklich ernsthaft. Brrrr. Hurensohn. Oder wie ein Kumpel. Ein ehemaliger Kumpel gesagt hätte. Döde Mistmade. Was ist das denn? Was ist das? Warum ist das rot? Was ist das? Geh runter. Ich bin neugierig. Geh runter. Geh runter. Ja. Soli decentral. Ich denke das heißt Error. Ich habe einen Error gefunden. Toll. So. Wo wollt man hin? Hier. Schau mal. Wo ist der dann der Miniboss? Ich habe auch schon vergessen. Was ist das für ein Miniboss? Ah. Das hier. Nö. Geiß. Ein Miniboss. Ein Gürtel hier war es. So. Schaut an und für sich so aus. Und. Ja. Da kämen wir jetzt. Ups. Immer auf mich anzuschlagen. Braucht mir ja weh zu tun. Wir brauchen ja an und für sich. Wir brauchen ja auch die Kronopages und wass Zeug. So ein Drücker betroffen. So ein Drück. Das ist doch schon mal der beste Name. Ich denke ich am Strom und Flex TV. Haha. So gleich ist der Tor. Ich bin ja schon mal voll das Wohlfühl gelegen. Dass ich das mehr oder weniger... ...aufs Zeige ja. ...und... ...drei... ...zwei... ...eins... ...und... ...drei... Die droppen aber auch nur Pots irgendwie. Und die Minibosse. Deswegen mag es ja wahrscheinlich keiner. Wir können ja mal schauen ob wir vielleicht die... ...ä... ...die... ...Pots verkaufen können. Guck mal das sind ja doch ein paar Pots. Also verschiedene Pots. Und ja... Vielleicht mag die ja wer kaufen. Brauchst du auf jeden Fall nicht wirklich. Ich benutze die nicht. So gut. Nächster... ...Boss Mob. Biniboss Mob. Biniboss Mob. Nächster Biniboss Mob ist... ...nehm ich hier... ...Strong. Der guckt... ...Might. Might haben wir ja letztens schon gekillt. Aber einfach nur... ...damit wir das mehr oder weniger... ...blatt haben. Machen wir das auch nochmal. Wir wollen das ja schließlich... ...schön ordentlich haben. Einem nach dem andern. So. Tada. Dann. Haben wir gleich. Da ist er schon. Nein, schon. Mal schauen ob er gerade da ist. Oder ob gerade jemand die Quest macht. Oder er ist da. So, das ist das Ding hier. Schaut so aus. Schaut so aus. gut. Schaut so aus. Und hier, die Stellung. Schaut so aus. Wie ist das? So aus. Ja, genau. Wie ist das? Ja, genau. Wie ist das? Wie ist das? So, wieder das Park. Wieder das Park. Stirb! Ich kann nicht gut da rein. So, XB, ich kann gar nichts mit Schuh, oder? Hm. So, wieder das Park. Ich denke, das ist jetzt der letzte Park. Und das hier. 1, 2, 3, tot. Was? Da hat nur 3 Pots gedroppt. Was? Das ist ja gar nichts. So. Jetzt können wir die wieder alle löschen. Aber zum nächsten Mob. So, jetzt gehen wir zum Black. Weil wir ja gerade beim White waren. Das ist äh... 2, 3, 6. 9, 3, 4. So, der steht da drüben. Gehen wir erstmal hier hin. So. Probieren wir was zu trinken. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Das Interessante ist, ich hab vorher gewotet und ich hab kein Gold bekommen. Wahrscheinlich, weil auch keine 24 Stunden vorbei waren. Das ist etwas doof. Wo ist er denn da? Da ist er. So, dann gehen wir genau da runter. So. Komm. Gut. Holen wir uns da erstmal, Chi. So schaut dann praktisch da White raus. Der macht mehr Schaden, mauerhaft! Stirb! Braucht mir Schaden zu machen! Hatte der andere auch so einen Film aus? Eigentlich schon der cool aus dem Film. Bin ich zumindest. Spark! Hm, hm, hm. Hm, das haben wir auch gleichfalls. Es geht ja relativ schnell. Ein bisschen Illuminibosse. Da macht er Schaden. So weit war ich Angst. Mach ruhig Damage! Was? Wow! 150 Kits. Das ist schon relativ viel. So, deswegen geht das auch so schnell. Das ist schön. So viel Spark. So viel Spark. Und das noch mal. Schauen wir mal, wie viel der droppt. Drei, zwei, eins. Gut. Der hat auch nur drei solch ne Pods gedroppt. Oh, ist auch traurig. So. Dann kommen wir zum nächsten. Weg machen. Das ist, äh, Rang. Äh, 2, 2. 8, 2, 8. Das ist, äh, Rang. Hier. Hier. Zumindest hier. Nein, nee. Oh, da ist auch so ein Christingensen. Zumal neben, hier ist eine Challenge. Das war's dann schon. Gut. So, wo haben wir ihn dann? Das war ein Pferdchen, glaub ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaub, das war ein Pferdchen. Hm. Sollte hier sein. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er nicht. Er ist nicht da. Er wurde gekillt. Nein! Wirklich? Das ist auch wirklich die richtige Zahl. Nein! Der Hammer an einer, der nicht weiß. Nein! Nein! Mal gucken. Das ist 2 für 2. 2 für 2. Ja. Ach, 2, 8. Ach, 2, 8. Tja. Ist nicht da. Hm. Kann's doch nicht sein. Warum? Warum ist das nicht da? Wo ist er? Da ist so ein Pisser. Der hat wahrscheinlich den gekillten Mob. Oh. Ein blöder Pisser. Ne, da ist leider nichts da. Müssen wir schauen. Vielleicht kommt er zum Schluss nochmal. Was ist das denn? Ist auch nicht. Wahrscheinlich kommt er jetzt dann gleich, sobald ich dann hier das neue Ding eingebe. Soja, guck. Neues Ding. Mal gucken. Mal gucken. Und 732. Mal gucken. Ist er da? Ups, ja. Oh. Nein. Nein. Okay. Nein, nein. Da ist nichts da. Da ist leider nix da. Also den haben wir schon mal nicht. Zählen wir noch nicht mehr, nein. Na gut, das ist da drüben. Jetzt haben wir ungefähr hier. Ja, haben wir natürlich verfehlt. Jetzt haben wir ungefähr hier. Irgendwann muss man sich auch mal verfehlen, also. Was haben wir denn hier? Achso, das ist immer noch das eine Ding. Hier kann man auch wieder ne Challenge annehmen. Nehmen wir hier an. Hey, was? Warte, nochmal zurück. Ich wollte die jetzt annehmen. Ich wollte die Quest annehmen. Was soll das? Hier, da. Stopp. So kann ich es nicht annehmen. Hör mal auf zu fliegen. Was ist das denn? Ja, ich flieg grad hier wie so ein Idiot, ich weiß. Irgendwas hat mich hier angegriffen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich frag mich, wo die EndPCs jetzt sind. Hä? Ah, das war das Ding da. Gut, gehen wir nochmal hier hin. Da ist das Ding, wo ich glaube ich vorher war. Schauen wir mal. Aber wenn wir jetzt schon hier sind und das annehmen können, dann kann ich das auch machen. Ich kann es nicht annehmen. Warum wagt das? Warum pack das? Was soll das? Naja, egal. Gut, wir gehen jetzt zu dem Mob, wo wir hingehen wollten. Weil das hier funktioniert ja nicht. Ja. Und geh in den Mini-Eisbär. Ah, ich hatte heute Lust auf Pizza. Selbstgemachte Pizza. Das wär schön. Ich hör genau, wie meine Mama Mittagessen macht. Und ja, es kann noch dauern, bis ich selbstgemachte Pizza esse. Weil ich die dann selber mache. Und weil ich die in meine eigene Küche machen möchte. Da ist der Eisbär. Ah, der Eisbär ist da. Juhu. Unde. Ah, das war so. Ah, wenigstens etwas. Da ist so. Kackvieh, Alter. Ah, das kann ich auch wieder stimmen. Hm, so, ich weiß nur das es Mini-Eisbär ist. Mini-Boss. Was? Was macht der denn? Und so still Ja, ich spreche immer an, dass ich auch als Fett habe, natürlich nicht genau den, aber so einen ähnlichen Läuft aber auch woanders herum Der macht aber auch komische Geräusche Oh, und da hatte ich sogar siebenhundert, äh, hundertacht, äh, hundertacht, äh, hundertacht Gret Vorher hab ich hundertsieben gesehen und hab mir gesagt, hey, ich hole hundertsieben Gret Deswegen wollen die Gret nicht entscheiden, was ich sage So Wow, der hat mehr gedroppt Der muss ja auch irgendwann wieder ein bisschen mehr werden So, wunderbar Sehr schön Das ist schon wieder so interessant, hey, du kannst die Quest annehmen, du kannst sie doch nicht annehmen Kann ich jetzt oder kann ich nicht? Jetzt muss ich auch erst andere Sachen noch vormachen, wer weiß Ja gut, nächster Boss Nächster Boss Der nächste Me-Boss ist, äh, hundertsechs Eins nach sechs Das heißt, er ist da unten So ungefähr hier Das ist dann so ein großer Wurm, oder? Irgend so was war das denn? Wahrscheinlich ist der jetzt hier auch gekillt Da hier so durch alle rumstehen Ach nee, das war ein Bandit Hier laufen die alle immer rum wegen so einer Quest Also von daher Ja Es ist fraglich, ob die da sind Ob der nicht da ist Und ich hoffe ja, dass er nicht gekillt worden ist Aber ich trau's denen zu, dass es gekillt worden ist, also Ich trau's ihnen zu So So Ah, es ist noch ein bisschen weg Ist das jetzt überhaupt der richtige Mob? Ja Hm 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 Guter Dessert Dingens Ja, das passt schon so gut Ja, da könnte doch da sein Dann hab ich's verwechselt So wie's ausschaut Schau'n wir mal Und Ah, da ist ein Skorpion Der passt nicht rein Ist das der Mob? Schaut so aus Mal gucken Der Desire of End Es ist der Mob Ich wollte grad sagen, yes it is Ja, dann käme das doch Meine Spinde ist das Dann konnte ich mich auch nicht mehr erinnern So Kann das jetzt Bluffling hier noch geben? Gute 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 Kille schneller Ich würde mich wieder daran erinnert, dass ich jetzt im Moment plus 15 HP-Steinchen habe in meiner Rüstung und die Pure Gold oder wie auch immer die heißen Steinchen, die man im FC rauskriegt zum Schluss, dann kann man eintauschen und geben ein plus 20 HP-Steinchen ein. Ja! Und so funktioniert das. Ich hab das voll vergessen. Aber guck, man kann sich auch nicht an alles erinnern. Ich frag mich auch immer, ob ich überhaupt so gut hören kann, aber eigentlich schon nichts für ansichtlich. Hey, der hat auch mehr gedroppt. Ist doch schön. Oh, er hat eine Chrono-Page gedroppt? Wow, cool. Ich würde sagen, das ist ja fast ein bisschen rare. So, gut. Dann löschen wir die wieder. Mal mal. So, dann kommt auf 105. 336. Wo hab ich das jetzt wieder eingegeben? 105, 336. Das ist... Das ist... Ah, das ist der da unten, was ich dachte. Ah. Also, es gab doch einen da unten. Ah, der ist bestimmt gekillt. Ah, der ist bestimmt gekillt. Ich überleg gerade, dass ich vielleicht irgendwie so stehen kann, dass mich hier nicht wieder sieht. Aber ich denk hier, ich kann hier eh nicht gekillt werden. Sobald er noch heimgekillt worden ist, müsste er eigentlich mir gehören. So. Oh, ich hab mein Bloodpaint mehr. Ist mir sofort aufgefallen. Hey, ich verliere meinen Dings. Also, es gibt auch Deggars, die mehr und weniger abgeben. Die sind dann auch ein bisschen böse. Das heißt, wenn du dann kein Bloodpaint mehr drauf hast, kriegst du dich selber. Was waren das nochmal für welche? Waren das nicht die R... R9? Deggars? Ich glaub, das sind nur die... sind böse. So. Stopp. Stopp schneller. Ich will nicht, dass mich irgendjemand da ist. Ich möchte das nicht. Nochmal hier. Das ist auch gleich tot. 6, 4, 4, 3, 2, 1. Tot. Wow, der hat auch viel gedroppt. Ja, geht doch. Ich wünsche, ich werde mich auch besser mit dem Shop auskennen, dann kann ich hier übelst viel Gelb machen. Auch das Zeug kaufen, was ich kaufen möchte. So. Dann der letzte, den ich auf der Karte hab, hier in der Welt. Den, wo ich ihn auch sehen kann. Und dann gehen wir wieder zurück zu dem einen, den ich nicht gesehen hab. das ist 6, 5, 6, 5, 6, 5, 9, 2. Und der ist da drüben. So, hier. Was war das für einer? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich auf dem Offi die mal gekillt hab, so auf dem offiziellen Server, für jemand anderes. Weil der meinte so, hey, hier, mein Account. Du killst dich jetzt mal für mich. Wäre lieb von dir. Und ich so, ja, okay, mach ich. Ach, das war ein Fliegender, glaub ich. Hey, hier. Hey. Doch, das war ein Fliegender. Ja, ja. Ich war ganz einfach zum Helden gefahren. Ja, das ist für mich hier drauf. Was ist das denn eigentlich? Das ist ne Fledermaus. Was ist das denn drauf? Ja, ne Fledermaus. Ah. Da. Dat ist ja. Ja, das war's. Oh, das war's. Ja, da. Das will ich jetzt nicht wirklich sagen. Aber, das war's. Pa. Oh, das war's. Zwarg das hier das hier was auch geht stirbt da ist er schon tot der hat auch relativ viel gedrückt also kann man auch nicht klagen so ich hab nicht auch ob da irgendwie xp gebracht hat schaut er ja nicht so aus so jetzt gehen wir nochmal zu einem letzten Boss und hoffen dass der jetzt wieder da ist und dann gehen wir in die chronowelt und kennen die chronogosse so äh 2 2 8 2 8 so ich bin jetzt immer noch ein idiot nein gut ist mein Boss wieder da nein also entweder brauchen die so Ewigkeiten zum respawnen oder es fliegt hier immer jemand rum der den killt oder keine Ahnung das ist ja das ist ja auch nicht das kann sie ja nicht sein also hier sollte er spawnen das ist wahrscheinlich ein Pferd Hm. Weil irgendwo war da ein Pferd. Nee, aber ich sehe hier nichts. Also ich bleibe mal kurz hier stehen. Gehe mal aufs Klo. Und dann gucke ich mal, ob der dann wieder respawnt. In der Zwischenzeit. Dann sehen wir den dann im nächsten Video. Also, bis gleich. Tschüss!